servus und willkommen zurück in der bundesfürmanstadt zu einem neuen video heute am sonntag ich habe mal wieder bock euch was zu zeigen und ich glaube auch ein bisschen zu randen tatsächlich aber mal schauen wie schlimm es tatsächlich wird aber es geht heute um zwei media books die jetzt relativ frisch rausgekommen sind also die titel an sich nicht aber diese beiden media books konkret habe ich jetzt letzte woche ich glaube weiß nicht am mittwoch oder was kriegt ich weiß jetzt gerade genau ich glaube mittwoch oder irgendwie so und von sinistrange extreme aus der sinistrange extreme reihe habe ich bei denen direkt im shop bestellt und zwar einmal hier auf der linken seite neighbor mit amerika olivio olivio olivia olivia öl ja ne amerika olivo aus dem jahr 2009 ein amerikanischer film von robert a maschian tonio genau im wahrscheinlich reißerischsten cover des jahres deswegen musste ich es auch haben ich mag reißerische cover und das denke ich seit der knalle beschauen sie uns gleich an und genau der film ist okay ja nichts besonderes ja der haut einen jetzt nicht unbedingt vom hocke er ist ganz nett ist so ganz nett der torture porn wenn man bock auf sowas hat und auf der rechten seite aus dem jahr 2010 aus hongkong dream home von a pang ho chung der ist wirklich großartig also dream home ist wirklich einer einer meiner lieblings horror filme slasher was auch immer der ist richtig gut hat ordentliche schauwerte einiges zu bieten und ist einfach generell richtig geil gemacht also der ist eine richtige empfehlung von mir und diese beiden cover hat sinistrange nachgeschoben das ist schon ich glaube wir sind dann schon bei cover e oder f oder was angelangt ich weiß es jetzt nicht ich glaube es ist cover f ja und beide sind reißerisch wie sau die anderen cover die sinistrange extreme vorher rausgebracht hat schon von den beiden titeln die fand ich alle grotten hässlich ja grotten hässlich ich meine ich muss sagen das dream home cover ist jetzt auch nicht der oberknaller ganz ehrlich aber es ist noch okay und bei neighbor wie gesagt das reißerischste cover wahrscheinlich des jahres ich muss einfach haben ich habe die beiden titel eigentlich schon neighbor habe ich in diesem ja ganz ganz alten media book von von dragon ja ich muss mal schnell da raus aus der aus der schutzhülle um euch das mal zu zeigen der dragon media books kennt die sind einfach die sind eigentlich ziemlicher murks da steht irgendwelches zeug drauf und haben die haben auch keinen innen druck das ist irgendwie alles schwarz und das booklet ist halt auch irgendwie weiß ich nicht eher so gut ein bisschen was ein bisschen was zu sehen das ist ja auch auf einem cover von von sinistrange drauf da ja okay aber na ist jetzt netter netter knaller und wir haben da halt kein innen druck und nix auf 3000 stück limitiert war ganze zeit lang sehr sehr teuer den gibt es an k2 in deutschland net die fsk 18 fassung ist hart geschnitten das schlimme bei den dragon veröffentlichungen hier bei neighbor auch zum beispiel ist oder auch bei dream home sage ich euch gleich noch was ich da bisher in der sammlung habe das ist halt kein richtiges full hd das ist halt irgendwie abscales ja auf 1080i das ist keine richtige blu-ray qualität das ist eigentlich scheiß ja aber es gab halt bis zu der veröffentlichung von sinistrange gab es halt auch nichts anderes ich muss aber ehrlich dazu sagen ich habe jetzt die sinistrange vor ist es jetzt die sind auch vp ich habe es nur nicht im player gehabt ich kann jetzt im moment nicht sagen ob die weg wirklich besser sind als die dragon auflage aber ganz ehrlich kann man nicht vorstellen dass die technisch schlechter sein kann als die dragon auflage und von dream home hatte ich bisher in der sammlung hier dass das normale keep case auch von dragon mit diesem furchtbaren cover das überhaupt nichts mit dem film zu tun hat also null ja ich mein gut das eigentlich auch nicht aber das hat überhaupt nichts mit dem film zu tun die damit die hier drauf ist die gibt es im film eigentlich gar nicht also so auch mit den haaren und so das weiß nicht haben sie das irgendwo aus dem netz gezogen oder was man steht hier irgendwelches zeug drauf und ja ist halt ist halt sehr sehr komisch aber selbst die war auch relativ teuer ja ich kriege wahrscheinlich jetzt hier also werbeeinnahmen auf dem video kann nicht vergessen da gibt es wieder viel zu viele akte tatsachen zu sehen aber ist halt so macht ja nichts auch hier upscale ist nicht besonders gut ja ich habe aber von dream home auch noch mir damals und da gab es glaube ich noch gar keine deutsche vö die hongkong blu ray geholt mit diesem wunderschönen gezeichneten cover was so ein bisschen wie aquarell oder so ausschaut das ist super geil das cover und warum bringt sin is strange denn das nicht ich verstehe es nicht stellt euch mal das cover auf media book vor wie geil wäre das wie geil wäre das auch hier mit der schrift super na muss man allerdings ehrlich dazu sagen die ist leicht zensiert ihr wisst im asiatischen raum da ist es mit geschlechtsteilen und so immer ein bisschen problematisch das ist verpixelt hier wir haben auch keinerlei natürlich deutsche untertitel oder sowas wir haben sprachen nur kantonesisch und mandarin und halt englische untertitel zumindest das geht schon aber die habe ich mir damals geholt das ist eigentlich ein seltenes teil ich habe die nie mehr irgendwo gesehen und da freue ich mich darüber dass ich die in der sammlung habe ich sagt auch wenn sie leicht zensiert ist aber dies die ist cool ja und einfach ein schönes motiv die sachen hatte ich bis jetzt in der sammlung und jetzt kommen halt die beiden und ich bin da auch auf die rewatches entsprechend gespannt sowohl von neighbor in habe lang nicht gesehen und auch dream home und bevor wir jetzt uns die dinger schnell anschauen im unboxing also schnell aufmachen mal durchblättern ich will es nicht zu lang ziehen das video heute eins vorweg die preisgestaltung von sin is strange leute was ist denn da los inzwischen scheinen ja die labels schon selbst zu skypen ja kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen die dinger haben zu release also die angekündigt haben 36 euro gekostet was teuer genug ist ja was teuer genug ist dann waren es kurze zeit ausverkauft im shop wobei es gibt andere cover noch wie gesagt die sind hässlich und jetzt sind sie wieder drin im shop und kosten auf einmal 45 euro was ist da los was ist da los und das hat anscheinend sin is strange schon öfter gemacht dass die einfach sachen die sind dann angeblich weg und dann gibt es die auf einmal wieder und kosten dann aber zehn euro mehr ja rufen jetzt labels selbst in ihrem eigenen shop schon scalper preise auf sind wir soweit sind wir jetzt soweit dass labels in ihren eigenen shop scalper preise aufrufen ich weiß nicht ob andere das auch machen was mir letztens wieder auffallen ist zeit ja colors of entertainment schrägstrich mediex schrägstrich in kit pictures thriller rausgebracht in irgendeinem 50 disk media book quartiert keine ahnung für fucking 100 euro kannst du dir nicht ausdenken 100 euro das war aber nur irgendwie der ein begrenzt vorrätiger preis jetzt kostet die scheiße bei denen im shop auf einmal dann 130 euro für einen film für einen film es ist völlig utopisch entschuldigung wer das kauft dann ja manche müssen zurückgelassen werden es gibt einfach label das sind einfach ich sag es jetzt einfach mal so sind schweine einfach so das sind einfach schweine immerhin von inkett da kennt man das vielleicht schon aber wie gesagt scalper preise im eigenen shop aufzurufen dann sagen ja jetzt kostet die scheiße einfach zehn euro mehr was sie davon halt ja ich sag es jetzt lieber nicht ja ich sag es lieber nicht weil die begründung dafür will mich interessieren ich meine klar wir leben in einer freien marktwirtschaft oder eigentlich soll es ja soziale marktwirtschaft sein und jeder kann natürlich grundsätzlich erst einmal verlangen was er will aber sowas ist intransparent und einfach auch für die fans und für die fünf fans einfach ein schlag in die fresse man kann es nicht anders sagen ja schreibt es gerne in die kommentare eure meinung dazu und und wie ihr das seht und ob sie diese erfahrungen auch schon gemacht habt ob diese erfahrungen vielleicht bei anderen labels schon gemacht habt und das ist der grund warum ich mich jetzt muss ich trotzdem wieder da ewig warum ich da eigentlich schon fast einfach kein bock mehr drauf habe mir solche sachen zu kaufen entweder sind die sachen permanent dann ratzfatz ausverkauft ja bei diversen shops ohne dass man überhaupt die chance hat was zu kriegen weil die auflagen so niedrig sind oder wie gesagt irgendwelche fantasie preise werden verlangen naja wirklich ist es doch ich ach komm jetzt schreibt mir dazu gerne eure meinung in die kommentare und wir machen jetzt das media book da von neighbor mal auf ja wertverlust krasser wertverlust wir machen die folie ab krasser wertverlust aber ich würde den film ja eh dann mal schauen und ich würde mir ja das media book gescheit anschauen neighbor ja sehr schön oder schaut euch mal das cover an ich habe das gesehen auf dem vorschau bild oder auf dem ränder bild oder was dabei dachte boah also wenn die das echt so bringen in der druckqualität da ist aber da ist einiges geboten und tatsächlich und ich habe das gar nicht gewusst wir haben sogar sportlack mit dabei sportlack kannst du nicht ausdenken ich hol es einmal ran da die amerika schaut mal wie scharf der druck ist schaut mal wie scharf der druck ist das mit der beleuchtung ist immer so eine sache ich muss immer schauen dass das nicht so spiegelt und aber ich hoffe man kann es gut sehen schaut mal wie scharf der druck ist sieht man besonders da an die an die haare und an die nippel und auch an der bohrmaschine also das ist ein richtig scharfer druck ja sehr gut mit so tiefen unschärfe mit der amerika flagge jetzt muss man natürlich dazu sagen diese szene kommt so im film überhaupt nicht vor das ist aber ich finde es hat einfach das schaut so reißerisch aus ja die amerika mit entblößten brüsten und der bohrmaschine und bohrt eben in den schädel rein das ist einfach der absolute wahnsinn das ganze ist matt das mag ich ja und wie gesagt die bohrmaschine ist hochglanz amerika ich weiß nicht ob man es gut sieht der nippel ist auch in hochglanz oder das ist doch ja freilich ist hochglanz das schaut mal an das ist hochglanz da unten ist die schrift die schrift ist auch in hochglanz und der rest ist matt super es ist großartig ich finde es klasse schaut einfach super aus das ist das bein der ist ist da auch irgendwas in hochglanz ja unten das büttel und das ist alles in hochglanz was da drauf gedruckt ist neighbor sind es strange extreme extreme nummer 39 die von ihm blu-ray combo spines schauen alle gleich aus der reihe ich habe da nicht wirklich was davon aus der reihe bisher und da haben wir die rückseite und auch hier haben wir matt mit das ist alles hochglanz die bilder und das ist auch hochglanz und der rest ist halt matt da könnt ihr euch natürlich wenn es nicht wisst um was es in dem film geht lässt sich so ich gerne durch ja wie gesagt für die sammlung der quali power auf jeden fall ja wie gesagt er ist nicht ultra super aber er hat ein paar nette effekte den kann man sich schon anschauen finde ich blu-ray und dvd combo so schaut es aus sehr schön 24 seite gespuckt wird von an der rona 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 ja diverse special features und limited edition das ist jetzt cover e anscheinend auf 333 stück limitiert und das sind ein paar credits und da ist der barcode so jetzt schauen wir rein in das ganze gute stück wie das innen ausschauen weiße disk ja ich glaube die sind immer so bei sind strange extreme einfach so nur weiß ok ja es ist nichts nichts besonderes natürlich logischerweise da ein nettes bild auf der linken seite wie gesagt es kommt auf dem anderen cover noch mal vor auf dem cover falls jetzt nicht wirklich aber im innen druck kann man es machen und hinten haben wir dann die dvd die schaut so aus auch weiß nichts besonderes und da haben wir dann den anderen kollegen dort zahm tacket und weiß der geil was es ist schon ja ist aber relativ scharfer druck das passt und ist auch ein ja mehr oder weniger eine collage mit so einem durchgehenden ja motiv dann geht es böse in der nachbarschaft von dando rona mit der schraube durch gute druck qualität auch für die bilder her drehbuch und regie cast haben wir mit dabei und dann geht es los das finde ich eigentlich ganz schön gestaltet ja ich habe es natürlich jetzt nicht gesehen das war nur original verpackt mir schauen sie jetzt einfach bloß einmal an da haben wir nur ein paar nette geschichten nette bilder ja also durchaus auch einige schauwerte durchaus einige schauwerte im bucket aber auch einiges an text für gut blutbad sie ist nur in der nachbarschaft wunderschön und absolut tödlich ja das kann man definitiv definitiv sagen da schönes doppelseitiges motiv mit fernseher diversen elektrogeräten in der badewanne warum auch nicht das ist natürlich auch schon sehr sehr hübsch ja hübsch hässlich gute big white hat das baste die schöne von nebenan ja passend zum bild ja okay das passt alles ja ein rückblick mit ein gespräch mit dem regisseur soll man nur kleines interview mit drin also da ist so einiges an infos zum film dabei ja ja das ist nicht so schön glaube ich ja 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 und hinten noch mal die wunderbare amerika mit dem word you be meint mit einem fleischklopfer es ist doch schön oder ja also ich finde das ist recht gelungen ja ohne jetzt den text zu kennen ja muss ich mir erst noch zu gemüte führen hier reingebundene das booklet passt nichts geklebt oder so einwandfrei sehr schön toll verarbeitetes media book kann man nicht sagen matt optik sportlack was wollen wir mehr und diesem völlig absurden reißen richten schreibt mir die kommentare kennt ihr ein reißerischeres cover dieses jahr schreibt mir die kommentare so das war es mit neighbor und jetzt schauen wir uns noch dream home an was da los ist ja recht dicke dicke einschweiß folie hierbei bei sinistra range tatsächlich muss man sagen das sei was das ist was für ovp sammler und er macht er reißt die folie ab ja ist so ich will die sachen ja auch anschauen das hilft mir nichts mehr den scheiß ovp ins regal zu stellen so dream home das kann man die szene kommt glaube ich sogar ja doch die kommt ziemlich original so im film vor auch mit der dem ding da in der schnute und wir haben auch hier wir sind auch hier in matt das gibt übrigens bevor ich es vergesse das neighbor media book das könnt ihr immer noch kaufen bei sinistrange extreme für 45 euro ich würde euch empfehlen schaut mal im ofdb shop wenn ihr da angemeldet zeit da gibt es glaube ich 34 euro also die shops verkaufen das günstiger ist das label selber nur mal so am rande und das hier ist leider ausverkauft zumindest bei sinistrange selber inzwischen schaut mal ob es vielleicht nur woanders herkriegt oh gott eine fall eine kleine falte und ein ich muss sterben da würden natürlich jetzt wieder einige durchdrehen das wäre jetzt für einige wieder grund das ding zurückzuschicken ich glaube das ist schon von der produktion her so ist so mein gott also wegen sowas ihr seht schon auch matt und hier ist aber die ganze dame in hochglanz das ist mir persönlich zu viel hochglanz mir hätte es eigentlich gereicht wenn hier der dream home schriftzug oder das blut oder so in hochglanz gewesen wäre das ist mir ehrlich gesagt zu viel ich habe gern mehr matt aber das motiv selber ist auch absolut scharf gedruckt also wirklich groß mal noch mal dran wirklich also die druckqualität ist sehr sehr gut ja auch hier schaut mal wie scharf das ist dass der knaller das ist richtig toll gedruckt da kann man überhaupt nichts sagen ich meine der film ist sowieso also wer dream home nur nicht hat die nummer 42 aus der strange extreme gleiches bein gleiches beingestaltung wie auch schon bei neighbor und hier haben wir die rückseite limited strange extreme auch hier dass das alles hochglanz und auch die bilder unten auch hier können sie euch gerne durchlesen wenn ihr noch nicht kennt worum es geht sehr gelungener schocker der nicht nur mit blutigen splatter szenen auftrumpf sondern auch ein glaubhaftes szenario etwas sozial kritik und gut ausgearbeitete figuren bietet ja das kann man sagen sehr sehr guter film wirklich dann auch ein paar nette szenen aus dem film also das design ist natürlich wieder das gleiche deutsch und kantonesisch haben wir hier drauf in dtsd master 24 seitiges booklet ein blick von auf dream home von harald mühbayer auch eine güte von ihm ja noch gar nix gehört trailer delete scenes trailer show ja gut von von den special features her ist jetzt nicht so der knaller ja ich weiß es nicht was waren bei der dragon drauf müsste man schnell schauen bei der train ja war nicht mehr darauf also hätten ja 100 ehrlich gesagt auch auf 333 stück cover e credits barcode wir schauen rein dass man mit dem video da jetzt was ist los leute 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 also weiß einfach nur blu ray ihr wisst bescheid da haben sie jetzt ernsthaft dieses geile motiv auf die erste seite von booklet gemacht statt auf ein media book cover sinne strange was stimmten mit euch nicht ihr habt offensichtlich die rechte an dem bild an dem bild ihr habt die und macht kein cover draus utopisch utopisch schreibt es nur meinung in die kommentare das wäre das cover für die utopisch ok link wieder natürlich ein innen druck hier auf der linken seite und das ist die dvd auch nur in weiß schau mal ist mir ein bisschen schneller durchkommen so sieht das ganze aus auch wieder so eine kleine collage erstellt eine doppelseitige das passt gute druck qualität da kann man überhaupt nichts sagen wieder das booklet ist auch hier wieder eingebunden gute verarbeitungs qualität kann man da ist es warum ist es nicht auf dem cover leute oh gott ach gott so da wird schon einer abgemurkst in der cut flow property market should kill for a aber we view gott spricht die scheiße richtig aus kannst du nicht ausdenken ja das ist hier dieses bild praktisch form vom cover also so ähnlich außer anderen perspektive so ähnlich sagen wir mal so nicht ganz aber die szene kommt zumindest so im film vor ja auch hier sehr gute druck qualität sehr gute druck qualität von den fotos da kann man überhaupt nichts sagen einiges an text wie gesagt von dem booklet autor habe ich nur überhaupt nichts gehört da sind jetzt ein paar fotos anscheinend vom vom set selber warum nicht kann man machen auf jeden fall wie gesagt den film ich kann es euch nur kann ihn euch nur ans herz legen er ist so großartig und hat so tolle spieler szenen und ist auch gesellschaftskritisch durchaus auch was haben wir hier noch das sind die anderen cover das ist das originalplakat motiv ja das ist eigentlich auch ganz nett ja haben es da noch mit reingepackt das gibt es glaube ich jetzt auch so ähnlich aber nicht schön als gezeichnete gezeichnete collage oder so noch als als cover aber ja finde ich nicht so geil aber heftige szene da wird eine plastiktüte auf dem schädel und die saugt ihr einfach die luft ab daraus das ist die szene ist in der hongkong fassung soweit ich weiß wo ich das gibt es habe davon auch leicht zensiert mit schwarz bild ist schon nett ohne oder flasche in heiß rein es ist übel 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 also einiges an bildern den guten vorgeschmack auf den film bieten und einiges an text auf jeden fall und immer und mal wieder so set fotos dabei ja warum nicht und das auch finde ich schön schön gemacht schön gesagt also ich kann mir da überhaupt nicht beschweren so von von der optischen aufmachung her wie gesagt ohne jetzt den text die qualität des textes von den booklets zu kennen von der optischen aufmachung das passt und auch von der wirklich von der qualität her verarbeitung das ist in ordnung aber dieses dieses pricing system ja dass ich praktisch selber dann einfach will die preise anpassen im shop wie es gerade passt und so ich finde es unterirdisch ich finde es absolut unterirdisch und ja schreibt dazu gerne mal eure meinung in die kommentare aber jetzt habe ich euch zeigt die zwei cover e die nachgeschobene cover ehe von neighbor und dream home von sinistrange extreme ja wie gesagt noch mal schreibt mir gerne kommentar netten oder netten oder was auch immer nettes mal am liebsten weil wir wollen sie ja immer nett haben da gibt es dem video gerne einen daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie es euch gefallen hat und ich verlinke euch ich werde euch da wieder irgendwo da am rand was zum anschauen verlinken und da künsten kanal abonnieren wenn sie es noch nicht gemacht hat es tatsächlich dann aber schnell und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video wieder macht's gut bis denn ciao und servus abonieren